Hi YouTube, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video, eine Reaction auf Catsplay, keine Reactions bei 7 vs. Wild. Ich bin gespannt, ob das irgendwie Clickbait ist, weil das kann ich mir bei Bestenwild nicht vorstellen, dass es keine Reactions geben soll bei 7 vs. Wild, weil das Projekt lebt von den Reactions. Ohne die Reactions wäre es viel, viel kleiner als es aktuell ist, deswegen gehen wir rein. Lasst ein Abo oder ein Like da und schaut auf Twitter vorbei, zwölf in der Beschreibung. 7 vs. Wild gibt es jetzt wohl eine Reactionsperre, die Meinungen gehen weit auseinander. Was ist passiert? 7 vs. Wild kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, also das ist jetzt mittlerweile die dritte Staffel, das ist ein Format von Fritz Meinecke, wo halt Leute in der Wildnis ausgesetzt werden und die sollen dann halt, ja, da irgendwie überleben und so. Das sind halt Streamer und auch Content Creator und das Ganze lief eigentlich immer auf YouTube, also das war ein YouTube Projekt. 7 vs. Wild Staffel 3 läuft exklusiv bei Amazon Freebie. Fritz Meinecke verriet, wieso die Serie dort läuft und was das für YouTuber ist. Brauchst also, um jetzt die neueste 7 vs. Wild Staffel zu gucken, ein Amazon Account und normalerweise muss man ja für Amazon Geld zahlen, also so für Amazon Prime oder so, das ist ja deren eigentlicher Streamingdienst. Bei Freebie ist es jetzt aber so, dass das jeder kostenlos schauen kann, deswegen heißt es Free und I guess das V kommt von TV oder so, ich hab keine Ahnung. Aber halt mit Werbeunterbrechung. Also die machen halt ihr Geld durch die Werbung anstatt deiner Amazon Prime Mitgliedschaft. Also quasi YouTube. Britisch, Kolumbien, Kanada. Eigentlich sollte die dritte Staffel 7 vs. Wild gar nicht stattfinden. Fritz Meinecke und sein Team entschieden sich letztendlich doch für eine Fortsetzung der Serie. In einem Video erklärte er, dass vor allem der neue Hauptsponsor dies möglich gemacht habe. Freebie. Die Plattform gehört zu Amazon und wird exklusiv alle Folgen von 7 vs. Wild Staffel 3 zeigen, sogar noch bevor sie auf YouTube erscheinen. Wir müssen an der Stelle schon mal festhalten, sie wären nicht darauf angewiesen gewesen, weil, come on, also sie haben Staffel 2 mit eigenen Sponsoren gemacht, die sie einfach nochmal gefunden haben. Ich hab, glaub ich, in Erinnerung, dass es auch ein paar Probleme gab, aber, bro, das ist die erfolgreichste Serie auf YouTube, in Deutschland zumindest. Die würden Sponsoren so easy finden, also wirklich so easy, auch welche, die wirklich übertrieben viel zahlen, riesige Unternehmen. Also, ich denke mal, die hätten es auch komplett ohne solche Sachen geschafft. Aber, ja, ich meine, es hat ja deren gutes Recht, ich denke mal, die werden ultra viel zahlen dafür, dass sie es da ausstrahlen. Und da werden Fritz Meinecke und sein Team bestimmt auch mal einen dicken Bonus bekommen. Also, ich denke mal, die werden da ordentlich sehr, sehr viel Geld mitverdienen mit der ganzen Serie. Auf YouTube werden die Folgen also erst später veröffentlicht. Und auf YouTube kommen dann auch später die Behind-the-Scenes, die Uncut-Folgen, Reactions und so weiter. Man kann natürlich nicht darauf reacten. Also, natürlich will Amazon nicht, dass die Inhalte vorher schon auf YouTube präsentiert werden von anderen Leuten, die darauf reacten. Die Seven vs. White-Folgen sollen wohl einen Monat später erscheinen auf YouTube. Ich bin ganz ehrlich, woher die Info stammt, keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach auf Twitter rumkursieren sehen und dass sich da halt mehrere Leute drüber aufgeregt haben, weil man halt auf die Freeview-Folgen nicht reagieren darf. Aber macht ja Sinn, der Content ist ja auf einer anderen Plattform und man darf ja auch auf keine anderen Sachen, die auf Amazon laufen, reagieren. Twitter hat da eine gespaltene Meinung zu. Also, Bilal hat zum Beispiel eine Meinung immer, äh, hier seine Meinung. Ich sage gerade, Bilal schreibt auch wirklich zu jeder Scheiße seine Meinung. ... dazu gesagt und er hat ja anscheinend auch einen Twitch-Account mit 865 Followern. Also scheint jetzt nicht so, noch nicht so durch die Decke gegangen zu sein. Ist Bilal nicht ein Kollege von... ... von EliasN97? Twitter hat auf jeden Fall mehr Erreichweite. Cutter oder so? Seine Meinung dazu ist jetzt, Seven vs. Wild soll auf Amazon einen Monat früher rauskommen als auf YouTube und es ist dann verboten, darauf zu reagieren, bis es auf YouTube erscheint. Was ein L-Move von Fritz, hätte es verstanden, wenn er eine Woche Reactionsverbot gibt. Aber ein Monat ist crazy. Bitte behalten wir das im Kopf, ja. Montana Black hatte dazu eigentlich auch was gepostet. Aber wie wir hier sehen, der letzte Post hier war irgendwie eine Werbung. und hier sind wir schon gar nicht mehr am heutigen Tag. Also, Konklusion, er hat den Post gelöscht. Er hat nämlich auch eine Meinung zu gehabt. Aber Fuchs, ich habe es gescreenshottet. Kann euch den Tweet... Stark. Alter, einfach nur 415 Likes. Das war auf jeden Fall schnell gescreenshottet. Wie trotzdem Zeit. Wir sehen auch, wer hat das am 7.10. gepostet, um 18.24. Also, es ist nicht so lange her. Ich habe das auch erst heute Abend gesehen. Das Problem damit, dass Seven vs. Wild einen Monat vor YouTube Upload exklusiv auf Amazon laufen wird, ist für mich, dass ich bzw. alle, die diesen Monat warten wollen, unfassbar gespoilert werden. Wie zum Beispiel auf TikTok oder anderen Plattformen. Wie auch im Freundeskreis. Oder sehe ich das falsch? Kuss. Und dann gab es jetzt hier einen Robin. Seven vs. Wild einen Monat früher bei Amazon ist wirklich richtig, richtig scheiße. Man wird auch keine Wahl haben, wenn man in der Zeit nicht auf Social Media verzichten will. Ja, ich meine, kein Mensch will auf Social Media verzichten, nur wegen Seven vs. Wild. Also, die tun jetzt hier so, als wäre das das Ereignis des Jahres. Und es gibt nichts Größeres. Und das ist so wirklich das Tollste im ganzen Leben. Ich meine, ich kann das voll verstehen. Auf der anderen Seite, das ist ein Projekt, was quasi frei und kostlos zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, jeder Nutzer von uns sollte sich dankbar schätzen, dass dieses Projekt überhaupt gemacht wird. Und dass man das kostenlos sehen kann. Weil sie hätte es ja auch einfach lassen können. So, versteht ihr? Oder sie hätte es einfach nur auf Freeview schalten können. Also, ich weiß nicht. Es ist für mich ziemlich übertrieben da so, äh, so rein zu haten quasi. Ja, Skurrus finde ich gut. Der ist zum Beispiel, nee, völlig verständlich. Aber was ist das Problem dahinter? Das Ganze fängt damit an, dass ohne Amazon es ja gar nicht diese neue Staffel Seven vs. Wild gegeben hätte. Einfach so, dass das ein extrem aufwendiges Format ist. Ja, ich meine, guckt euch das im Vergleich zu Fernsehproduktionen an. Ist schon teilweise wirklich hochwertiger als manche Dinge, die im Fernsehen laufen. Das ist eine extreme Ehre ja eigentlich und auch ein extremes Glück, dass jemand wie Fritz Meinecke jetzt die Chance bekommen hat, das so produzieren zu lassen. Davon können einige YouTuber, dass ihre Inhalte so hart finanziert werden. Das Problem ist, dass die ganzen Leute ja aber offensichtlich darauf reacten wollen. Also, der Bilal hat es ja offen zugegeben. Und auch ein Montana Black, er hat jetzt nicht explizit gesagt, dass er darauf verzichten will, wegen den Reactions, sondern wegen den Spoilern. Aber warum guckt er das denn nicht sofort? Ihm steht es ja frei, das anzuklicken und es sich anzuschauen auf Amazon. Macht er aber nicht. Ja, das ist halt, also dann kannst du auch direkt, ähm, direkt quasi alle Reactions anzweifeln. Also warum schauen sich dann generell Menschen nicht einfach immer die Originalvideos an, sondern halt die Reactions immer? Ganz einfach, weil halt die Reactions, ähm, weil die Reaktionen von bestimmten YouTubern einfach interessante sind. Und warum schaut ihr gerade dieses Video auf Catesplay und nicht direkt Catesplay? Weil ihr meine Meinung zu diesem Thema wissen wollt. Und nicht nur das Thema an sich. Versteht ihr? Äh, so funktionieren die Reactions. Und ich bin euch ganz ehrlich, ich hab auch die meisten Folgen 7 vs. Wild im letzten Jahr und im vorletzten Jahr direkt in der Reaction geschaut. Ähm, und nicht als Hauptkanal-Video. Ja, also, ich mein, wenn ich mir jetzt überlege, gucke ich mir das Video einfach an oder gucke ich mir ein Papa Platte an, wie der auf seine Parts reagiert? Oder gucke ich mir ein Knossi an oder gucke ich mir ein Sascha Huber an oder gucke ich mir ein Fritz an oder gucke ich mir ein Trimax, Romatra oder wen auch immer an, ähm, dann ist hier dann, ja, dann gucke ich mir lieber die Reaktion von der Person an, die selber dabei war und die dir vielleicht noch ein paar mehr Infos dazu zu geben hat, anstatt mir das Hauptding anzugucken und dann vielleicht nochmal zwei, drei Reactions hinterher, dann bin ich ja, äh, fünf Stunden unterwegs, so, checkt ihr? Aber nicht, weil er will das halt safe im Stream schauen. So, aber was ist jetzt das große Problem mit Reactions? Falls euch das interessiert, ich hab ein sehr, meiner Meinung nach, sehr gutes Video dazu gemacht, wo ich auch ein bisschen erkläre, was Reactions so mit dem Algorithmus von YouTube machen. Kurz gefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass Reactions vor allem mittelgroßen bis größeren Content-Creatoren schaden. Ja, das sieht man daran, dass zum Beispiel ein Mimi schon eine Reaction-Sperre von drei Tagen bei seiner ApoRed-Reihe hatte oder aber, dass Jules auf Twitter gefragt hat, ob er eine Content-Sperre einfügen soll und auch ein Fritz Meinecke hat schon mal eine Reaction-Sperre quasi bei Seven Brothers White letztes Jahr gefordert. Sogar fucking Knuspertoast hat eine Reaction-Sperre von drei Tagen. Ich weiß nicht, welcher Loser auf Knuspertoast-Video reagieren will. Ich hab's gemacht, aber nur auf das erste. Aber der macht jetzt einfach bei jedem Video, Bruder, kein Mensch will auf Knuspertoast reagieren. Das ist so geil. Also würde ich jetzt, es ist genauso, als würde ich sagen, auf dieses Video dürfen Streamer erst sieben Tage später reagieren, aber keiner will drauf reagieren. Wir können auch einmal kurz reingucken, warum er das gemacht hat. Würde es mir wünschen, wenn die Streamer 24 Stunden warten, bevor sie sich das Ganze im Stream angucken. Warum möchte ich das? YouTube guckt, wie performt ein Video in der ersten Stunde, wie viele Likes. Also die Reactions gucken, beziehungsweise entweder im Stream oder halt auf YouTube. Und gerade auf YouTube konkurriert dann das Original-Video eben mit den Videos von anderen großen Content-Creatern. Und das ist ein Riesenproblem. Das sorgt schon dafür, dass es Einbrüche bei den... Aber dadurch werden die ganzen Sachen auch extrem, extrem hoch gehypt. Ja. ...einnahmen geben kann, die bei diesem Projekt ja aber extrem wichtig sind. Behalten wir nämlich im Hinterkopf, ohne Amazon hätte es das Ganze nicht gegeben. Ja, jetzt sind halt Leute... Angeblich. ...empört darüber, dass sie halt einen Monat warten müssen, beziehungsweise, dass sie halt nicht darauf reacten können. Ich glaube, das große Problem ist hier einfach die Annahme, dass die Leute denken... Daraus kann man echt viel Geld machen. Jetzt mal No-Joke. TikTok hat ja jetzt so ein Ding eingeführt, dass du irgendwie mehr Geld verdienst mit Videos, die über eine Minute gehen. Eigentlich müsste man wirklich die Videos, die ganzen neuen Folgen runterladen. Das soll jetzt hier keine Anleitung zu einer Straftat sein. Einfach nur eine Gedankenspielerei. Stell dir mal vor, ihr ladet alle Folgen runter, immer wenn die rauskommen. Schneidet direkt die krassesten Situationen raus, ladet die auf TikTok hoch, ladet die auf YouTube-Shorts hoch, ladet die auf Insta-Reels hoch und so. Junge, ihr würdet so eine Aufmerksamkeit damit bekommen. Bro. Es wäre natürlich übel abgefuckt und übel ehrenlos, aber es würde halt funktionieren. Also, ihr seht dann in zwei Wochen einen neuen Kanal bei mir. Dass ihnen der Content quasi gehört zum Reacten. Aber da steckt ja so viel Geld, Schweiß, Blut und was auch immer hinter. Also, Fritz Meinecke und das Produktionsteam drumherum, die haben sich ja den Arsch aufgerissen, um dieses Projekt möglich zu machen. Man muss auch mal einfach festhalten, dass es seins. Die Bildrechte gehören ihm bzw. der Produktionsfirma. Das ist sein Content. Und wenn er gesagt hätte, dass die Leute gar nicht drauf reacten sollen, dann wäre das sein gutes Recht gewesen, weil es ist sein Content. Was Reaction-YouTuber machen, ist einfach... Durch Reactions gucken zwar weniger Leute das Originalvideo, aber ohne Reaction wäre es vielleicht auch so, weil das dann gar nicht erst so gehypt worden wäre. Ja, eben. Ich denke sogar, wenn es nie eine einzige Reaction auf Seven vs. Wild gegeben hätte, dann wären die Klicks jetzt niedriger als die Klicks von Seven vs. Wild jetzt, wenn Fritz einfach sagen würde, okay, Reactions am ersten Tag sind möglich. Selbst dann wären die Klicks jetzt höher, als wenn es nie eine Reaction gegeben hätte. Ach, ja, man... Da hatte ich kurz ein Gehirn-Lag. Um es jetzt ganz harsch auszudrücken, ist es Content-Cloud. Solange jeder cool damit ist, ist es natürlich okay. Du kannst natürlich auf Content reagieren mit einer Einwilligung und es herrscht halt ein gewisser Konsens auf YouTube, dass man eben auf alles reacten darf. Aber wenn jetzt jemand hervorkommt und sagt, das sind die Bedingungen, um auf meinen Content zu reacten oder... Ja, es ist auch gut so, dass man erstmal auf alles reagieren darf. Wenn jetzt zum Beispiel Casplay mir auf meine E-Mail schreibt oder auf Instagram, ey, ich will nicht mehr, dass du auf meine Videos reagierst, dann lass ich es auch. Also, pff, aber im Grunde profitiert man ja, wenn andere über einen eine Reaction machen. Aber ich will, dass auf meinen Content gar nicht reactet wird, dann ist das halt okay, weil es ist sein Bildmaterial. Und ich find's halt einfach super dreist, dass es dann Leute gibt, die sagen, ja, nö, ich will aber trotzdem drauf reagieren. Ich find's scheiße. Äh, weil ich muss jetzt spoilern ausweichen. Nein, musst du nicht. Du kannst den Original-Content ja gucken. Mach halt ne Reaction danach. Mach halt keine Reaction. Ich frage mich halt, was die Intention am Ende hinter ist. Ich möchte keine Monte und auch keinem Belay unterstellen, dass sie das irgendwie machen. Und das Geld deswegen, obwohl wir alle wissen, dass Seven vs. White Reactions Gelddruckmaschinen sind. Aber selbst wenn... Ich freu mich da auch schon. Ich hoffe, bis dahin hab ich dann gut mal die 10.000 Abos auf YouTube auf diesem Kanal. Nee, wär Spaß, aber so 3.000 wär nice und dann werden die Reactions rausgehastelt, Alter. Monte das nur gucken will, weil er das halt genießt, im Stream zu gucken. Der Punkt bleibt halt. Es ist nicht sein Content. Er darf nicht damit bestimmen, was damit passiert. Selbst wenn das Ganze auf YouTube gepostet wäre. Ich hab auch so Kommentare gesehen. Mir egal, sein Format, seine Verantwortung. Natürlich ist das bestimmt wichtig für die, damit sie mehr verdienen. Ja, obviously. Aber es war halt immer ein YouTube-Format. Selbst wenn... Ich denke mal, die hätten die Amazon-Dings auch einfach nicht bekommen, hätten die gesagt, äh, sie werden das auf YouTube und Amazon gleichzeitig posten. So, da hätten ja viel weniger auf Amazon geschaut. Was ein YouTube-Format ist, hast du nicht das Recht da... Ich würd echt mal gern wissen, wie viele Leute auf YouTube, äh, wie viele... Das laber ist, wie viel Geld die bekommen durch Amazon, wie viele Millionen. Darauf zu reagieren, wenn Fritz es nicht will. Ein Argument, das ich gelesen habe, ist halt, dass auch gesagt wurde, dass zum Beispiel die Reactions ja auch so toll sind, wenn die von den Teilnehmern kommen. Auch die Reactions von den Teilnehmern klauen die Klicks vom Original-Content. Ja, die Leute haben dran teilgenommen. Und es ist auch safe interessant, so Behind-the-Scenes-Infos zu bekommen. Aber dann sollen die Leute halt ein eigenständiges Video machen oder halt erst in einem Monat drauf reacten. Ein Schauspieler darf ja auch nicht auf Twitch auf einen Film reagieren, selbst wenn er dann mitgespielt hat. Man muss aber auch festhalten, dass jetzt nun einige Leute natürlich auch auf der Seite von Fritz Meinecke waren. Ja, das sind jetzt hier zwei Content-Creator, die hier eine andere Meinung haben. Wobei man jetzt auch sagen muss, Montana Black hat seinen Tweet gelöscht. Vielleicht stand er in Kontakt zu Fritz Meinecke. Vielleicht ist ihm auch selber aufgefallen, dass das ein bisschen ein weirder Take ist. Aber falls ich etwas übersehen habe, es scheinen ja auch andere Leute nicht mein... Hey, vielen Dank für das Video. Sehr interessant. Schaut bei Catsplay vorbei, wenn euch mehr von ihr interessiert. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Und Seven vs. Wild ist natürlich geldtechnisch und aufruftechnisch sehr, 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 sehr big. Und deswegen kann ich es auch gut verstehen, wenn man darauf reagieren will als Streamer und vor allem auch die Creator selber. Ich meine, stell dir mal vor, du hast teilgenommen, du freust dich ultra drauf zu sehen, was die anderen gemacht haben und so. Willst du es auch mit deinem Chat teilen und dann siehst du es halt direkt und dann musst du einen Monat warten und dann kannst du nochmal alles nochmal und so. Ist nicht so cool, aber mein Gott, also dann ist es halt jetzt so und ich denke, es wird trotzdem ein cooles Projekt. Danke fürs Zuschauen, lass ein Abo und ein Like da und ciao.